Ich bin Wael Shub. Ich komme aus Syrien. Ich bin 33 Jahre alt. Ich lebe in Deutschland seit 2015 und ich bin bei der Olympischen Spiele dabei. Wael kann kaum fassen, dass sein Traum von Olympia doch noch wahr wird. Erst 2015 kommt er nach Deutschland, geflüchtet, vor einem Albtraum. Ich habe alles gesehen, was sein Leben kaputt macht. Wenn jemand Hoffnung hat, dann er versucht alles zu machen, um erst mal sein Leben zu retten. Wael, hier links im Bild, ist in ständiger Lebensgefahr. Viele seiner Freunde überleben den Krieg nicht. Doch Wael, einer der besten Karateker Syriens, möchte überleben, egal wie. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen und ich habe gedacht, dann jetzt gehe ich weg. Wael flüchtet teils per Schlauchboot, Fahrrad und zu Fuß durch ganz Europa bis ins hessische Rödermark und zurück zu seiner großen Liebe Karate. Mein Wunsch war oder mein Ziel, dass ich wieder Karate mache. Nur, dass ich wieder Karate mache, dass ich wieder auf die Matten nochmal komme. Und das gelingt ihm so erfolgreich, dass er vom IOC als einer von 29 Flüchtlingen für das Refugee Team in Tokio nominiert wurde. Ich möchte auch eine Medaille holen. Meine Putschschaft zu präsentieren ist auch ein Gewinn. Ich finde es einfach unglaublich. Also erst mal im Leben Karate in die Olympische Spiele dabei. Ich kann auch mitmachen. Ich kann auch dabei sein. Das ist eine große Sache für mich.